Und jetzt mal ein kleines Erfolger, des Sch Schuels und es wird nicht mehr gedeutelt. Der Samortbehälter wurde lukantiert. Oh man ist zu klein. Der was ist... Der was ist? Vorne in Besprechmustummer. Man muss sich auch nicht mehr sein. Das sind Strip-Kloppen. Strip-Kloppen. waffenräume nein ja ich wusste es doch flugzeugräte ein keller wozu denn die sind auf meinem Keller Jünger die Cavera verfolgt mich schon die ganze Zeit das ist Barbecue und rechts ist ein Guckloch wenn ihr vorgeht also wenn ihr jetzt reingeht und dann vor der Tür quasi du meinst sicher links oder? oder meinst? ja links und dann wenn du durch gehst quasi ist rechts wie ein Loch im Geheimgang Geheimgang ist ein Loch und meine Twitch-Drohne ist das ironischerweise meine Twitch-Drohne Nein ich habe einen verletzt der hier und dann kommt da so ein Wachter wird mal dein Mute geradeaus an die Tür von denen los, so, ganz weit nicht da, los, mal schneller auf dem Platz holen, ich sag mal das war ja so, wie der Fall eines Todes boah, ja irgendwie hab ich die hier nicht verwischt boah, was ist das, man? schick dich auf sie, Geheimgang das ist Jäger ja, wir nehmen eine Erschladung und beuchstern rechts im Geheimgang auf sie sind Geheimgang auf den Jacksfeld, einer Geheimgang checken ja, kein Ding wir haben alle Scheiße gespielt also ich rede, ich rede eigentlich nur von mir aus weil ich hatte jetzt eigentlich einen Ace gemacht, aber ich wollte es mal so sehen, wie ihr so spielt guck mal wie viel killst du mehr als ich Juri ja, die Runde ist auch nicht vorbei und wie gesagt, ich wollte es mal gucken wie ihr so spielt ja bei der Treppe schon einer vorne bei der Tür alter, fuck off ein Gegner verbleibt Junge, das ist mein Kill auf Quarzen weil die haben die Treppe geschäft, ne? pass auf, lass damit Wasser geh rein, geh rein, geh rein Wasser, schnell, schnell, schnell also geh rein, mach auf, mach auf das wird dann wiederbelebt, Junge Pass auf, die Schiene, da geh jetzt noch hinter dir jetzt ein Loch das ist falsch, hier ist auch, Alter, oben schnell, hoch, schnell, hoch, schnell, hoch, vorne ich gehe noch das war, Alter noch, noch, noch er verhört mich oder? ne, ich hab wiederbelebt, ach, danke das wird mal das ist falsch, Alter Junge, ich darf dich schon das war's und dann noch einmal sehe ich so, oh, ich stehe ja auch doch, ich höre, weil ich war ja, ich hab's geteckt, hier ey, der hockt seine Ecke der hockt seine Ecke der hockt, der hockt seine Ecke, wo man ach, schätze beschreiben, da wo man immer ist der liebte meinst du, ne? das ist hinter der Couch, oder? ja, nein, wie genau da wo man immer hockt nordöstlich ne ne ne, einfach, ne da ist er guck, ich zeig euch da ist er genau da hi Gott getroffen da hat sich immer noch da immer noch da jetzt bewegt er sich und bewegt sich in die andere Richtung geradeaus da liegt er doch iiii iiii nice 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 ja, ich will die Wand wäre auch noch gut das ist das ist das ist der Kapital ist vorne hat jemand eine can also kann jemand gucken der ist safe im Raum wo die sind oh der Cockpit sind drei stück das wäre der Kapital das war eigentlich mal her auf damit ich brauche auch ein paar Kills da müsste eigentlich noch einer kommen wo seid ihr? da ist Sledge und ein anderer da ist noch Sledge Nein ne, der fehlt noch junge Verkratzen, was soll das? so hab ich hier irgendwie kein war da keiner und, oder? keiner und das ist ich hatte übelst ein lag eben als ich die zwei geholt habe davor weil hast du nur gehört wegen meinen geilen Kreuz? ne ne, er auch ich bin da hingegangen wegen dir und noch einmal und die drone stoppt genau vor mir und ist aus und ich gehe dann so hin auf einmal rennt der Kapital und dann guckt der nächste um die Ecke so ganz vorsichtig so wo ist er? das Pulte dann weg und ihn, nachher geh rein er ist im Cockpit er guckt ich ihn kopf, sein Kopf ist perfekt zu sehen er ist ganz links wo ist er denn? ah ok der hinten er will ich hein! ich bin, dann kommst perfekt zu sehen gib ihn oh Bruder f котором ich bin, ich bin mal ich bin, dass du dich für den Kopf komm komm, der kommt es perfekt zu sehen kiki, kiki mal komm kiki Der Fuse ist gleich tot, Stimmen würde ich nicht vertrauen. Hä? Nein! Puls ist da unten, unten keller da wo Juri hinten durch, also ganz durch, geradeaus durch. Ja ist mir ein bisschen so riskant. Ich hab Angst. Ja und du wärst mir auch mit der Schoß. Pass auf! Ich hab Angst! Äh! Lock ist geradeaus. Genau da jetzt ein bisschen höher. Egal. Ja da. Genau unter dem Koffer war ein. Der Puls macht ja nicht aufs Stoff. Stopp ist tot. Das Verwehra auch nicht drin. Ne, da wäre auch nicht drin. Verwehra kommt zum Cockpit und ja ist gedroppt. Lukas ist gedroppt einer. Feindliche Aktivitäten. Wampus hat. Neutralität. 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 Nein! Ok. Juh! Kamera! Juh! 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 Ja! Juh! Untertitelung des ZDF, 2020